Ja, Hallöschön, euer Stinker hier. Wir sind in den letzten Folgen, ich glaube wir sind jetzt bei Folge, lass mich raten, 20 oder so. Haben die, also haben wir schon wirklich viele Places erkundet und gesehen und gemacht und pipapo und tralala. Und ich dachte mir, naja, man kann nicht alles im Spiel erklären und es wird mal Zeit für eine Special-Folge, für eine kleine kurze, um so ein paar Hintergrund-Facts einfach mal zu erwähnen und auch mal nochmal auf die Karte einzugehen, um zu sagen, oh, guck mal, da waren wir schon und da haben wir das gemacht und da haben wir das gemacht. Das war jetzt so der nähere Hintergrund von dieser Special-Folge und wir starten einfach mal, indem wir hier auf der Homepage von tibia.com, also http www.tibia.com, da sind wir und wir machen einfach mal hier, ne, wo geht denn jetzt hier, hallo, da, klick hier, richtig, die News-Seite von tibia. Ja, und zwar, was ich sagen wollte, wir sind jetzt, ich habe gerade die Aufnahme Nummer 20, glaube ich, beendet und ich war mit Darkie, sind wir auf Level 38, sind wir gekommen und es gibt hier auf der tibia.com-Seite eine schöne Experience-Tabelle, haltet euch fest, die geht von Level 1 bis level 800, also für die Freaks unter euch. Ja, wir sind, wie gesagt, Level 38, wir haben 780.700 XP Minimum und Level 800, äh, 8,4 Milliarden. Also da ist noch ein bisschen, da geht noch ein bisschen, muss man dazu sagen. Es gibt später ja noch andere Hunting Grounds, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Wir sind ja aktuell bloß bei den Toms und Minus und was wir alle taten, da haben Lissards, okay, Lissards sind okay. Aber da gibt es wesentlich fettere Monster, sodass man dann auch auf solche exorbitanten Experience-Zahlen-Dingens-Bummens hier kommen kann. Also ich selber, warte mal, was ist mein Droid, ich glaube ich 218, 217, ich habe hier so 165 Millionen und ich dachte schon, ich bin ja Hild, ne, aber nein. Es gibt andere Freakos out there, die können wir uns ja mal kurz angucken, warte mal. Dazu gibt es Community-Fansites, Statistiken, es gibt extra Statistik-Seite von Tibia, die sich damit auseinandersetzt, tibiastatz.com und da haben wir hier Experience-Rank, die besten in Komplett-Tibia von allen Servern und da sehen wir auf Platz Nummer 1 das Moral-Kit, whatever, wie er auf den Namen kommt, keine Ahnung, 651 und 4,5 Milliarden XP. Frage, Freaky? Ja, korrekte Frage. Frage ich mich auch immer, wie man sieht hier wunderbar eine kontinuierliche Line nach oben, das heißt, der macht hier, sieht man es, am Tag locker mal so 3 bis 4 Millionen XP, immer so kontinuierlich lang hin, was natürlich sein kann, dass er die Golden Hour ausnutzt und an so einen Punkt geht, wo man als, was ist der Ritter, ne, steht hier gar nicht, ich glaube, der ist Ritter, wo man natürlich solche Points, solche Experience-Points hinbekommen kann, ne, mal mehr, mal weniger, aber eine Golden Hour ist das echt machbar, vor allem als Ritter, ja. Aber 650, das ist schon sehr, 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 sehr ausdauernd und gut, ich möchte es nicht beschreien, aber Butter gibt es überall, nicht wahr? Ja, so, gehen wir mal zurück, wir hatten ja vorhin gesagt, wir hatten unseren besten Tag, glaube ich, da haben wir um die 100.000 XP gemacht oder jetzt letztens erst in der Tomp hatten wir 211.000 XP die Stunde, also um die 200.000 und dann gibt es natürlich, soweit wird natürlich auch recordet, ja, also Tiber Starts ist echt für Statistik-Fans unter euch der Hit. Da kann man erstmal hier auf X-Best-Day gehen und dann sieht man, tadaa, es gibt Frikos, die machen am Tag 56 Millionen XP. Fragt mich nicht, wie das geht, fragt mich nicht, wo das geht. Es ist natürlich nur machbar mit einem Supporter, das heißt einer, der möglicherweise das Loot einsammelt, denn einer, der die Viecher zusammen lurt und einer halt, der draufhaut und diese XP bekommt, ja. Muss aber dazu sagen, hier Olympas, ach guck mal, ist sogar einer auf dem Server, auf dem wir spielen. Es gibt hier einen auf Aurora, der hat den zwar getoppt, aber man muss dazu sagen, Aurora ist so ein Special-Server, da gibt es doppelte XP, ja, Olympa ist so ein alter Server, auch non-PVP und Aurora, wie gesagt, doppelte XP, eigentlich musst du durch 2 nehmen, sodass du dann auf 28.000 Mille kommst und dann wäre eigentlich anzusiedeln, effektiv hier so zwischen den beiden. Aber mir fällt gerade auf hier ein Olympa, da eine Olympa und da ein Olympa. Auf dem Server, den wir sind, da gibt es wohl viele, aber naja. Genau, also das nur mal so, wir befinden uns wirklich nur am Anfang der Tibia-Karriere und ja, es gibt massenhaft Freaks, alter, wie viele Leute hier über 1,1 Milliarden sind. Wo sind wir denn hier? Alter, 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 alter. Heidewitzka, 452 Spieler, die über 1 Milliarde XP haben. Also es gibt auf der Welt mindestens 452 Spieler, die kein Real Life haben. Oder permanent botten. Nein, möchte ich hier nicht sagen. Mag sein, dass einer natürlich die Möglichkeit hat, hier so oft zu zocken oder eigentlich, wenn man mal so will, ist es ja nur die Gohlenauer, ne? Ja, aber egal. Was wollte ich noch zeigen? Genau, also soviel dazu zum Thema Experience Points. Wir gehen mal hier zurück auf die Tabelle nochmal. Wir haben, wie gesagt, jetzt Level 38 erreicht. 40, ja, wird nochmal toll. Wir werden mal gucken, wie wir jetzt das leveln. Ab Level 60 wird es spannend mit den Quests. Da gibt es die ersten tollen Quests, also Bungie-Quests und so, die wirklich interessant sind. Und Level 80 will ich irgendwie bis Mitte Januar geschafft haben, weil da nehme ich ab Level 80 hier ein POE-Quest mit den Softboots, was ich erwähnt hatte, die so schweineteuer sind. Die möchte ich haben. Die sind gut zum Handen. Spart uns ein bisschen Mana-Fluids. Apropos Mana-Fluids. Es gibt ab Level 50, gibt es ja neue, größere Flaschen. 1,8 Millionen. Das Doppelte von dem, was wir jetzt haben. Mehr sogar, eine Million mehr. Ihr seht, ihr seht, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und die Zeitraffer ist wirklich ein Instrument, was wir unbedingt nutzen sollten. Obwohl ich jetzt auch zwei Folgen gemacht habe, wo ich bei den Lissards ganz normal gehantet habe und das so rekordet habe. Das war, glaube ich, in 35 Minuten habe ich ein Level gemacht. Ist nicht die Norm, aber kann man ja mal tun. Nespa? Was wollte ich noch zeigen? Karten. Und zwar die Map. Schawupp. Das ist unsere Map. Wir machen mal hier die High-Resolution-Map. Und da sehen wir alles. Also, kurz Resümee. Wo waren wir denn alles? Wir waren natürlich hier auf Ruckert. Wir haben hier in Ruckert. Das ist hier so diese Tutorial-Island, auf der wir gewesen sind. Hier sind wir dann hochgewackelt. Hier war das mit diesen Cockroach-Problemen, was wir da im Keller gelöst haben. Für alle die, die fleißig mit dabei gewesen sind. Hier hinten war dann, ach nee, hier saß, glaube ich, so ungefähr die Uschi, die das Problem mit dem Holz hatte, was wir für sie gesammelt hatten. Und hier der Mann, der Hunger hatte und der keine Waffe hatte, um sich da ein bisschen Food zu besorgen. Dann sind wir hier über die Brücke gewackelt und hatten hier dann die Begegnung der dritten Art mit diesem komischen Demmin, der da unten war, den sie eingefügt haben. Ich habe mich übrigens nochmal im Nachhinein belehren lassen. Dieser Demmin ist extra dafür eingeführt, um halt diesen neuen Spieler, der da bei Tibia reinkommt, direkt mit dem Problem, 10% Losses und Tod zu konfrontieren. Konfrontieren? War richtig, ne? Ja. Und wir hatten dann hier halt, in diesem Tempel sind wir dann gespawnt, wo wir halt unsere Punkte wiederbekommen haben, ne? Wir sind also direkt hier losgestratzt von Rukat. Kann man das noch größer machen? Nö. Direkt losgestratzt von Rukat und hier hinten so in diese Premium-Area gegangen. Ist das hier oben an der Premium? Ne, hier so ist die Premium-Area hier unten bloß, aber egal. Und hier so 1, 2, 3, das waren immer die Wolfberge, die Wolfshügel, wo wir da unser Level 8 gemacht haben, ne? Da sind wir also raus und sind dann direkt von Rukat nach, also hier von Rukat, hier, wo, da, also hier von Rukat sind wir direkt, oh shit, nach Port Hope gestratzt. Und in Port Hope haben wir nicht lange ausgehalten, ne? Also ich wollte ja eigentlich hier so ein bisschen, hier unten gibt es nämlich so Trolle, dachte ich mir, okay, da hatten wir die, aber nein. Wir haben uns ja dann dazu entschlossen, wir gehen von Port Hope nach Daraschia, hier oben. Und haben dort in Daraschia dann hier unten im Untergrund, das sieht man jetzt natürlich nicht, weil hier bloß die Surface, also die Oberfläche von Tibia ist. In den Untergründen haben wir dann natürlich die Rottwürmer gekillt, bis wir Level 12 waren. Hier oben ist die Minopyramide, wo wir gewesen sind, auch wieder mit Untergrund. Und, ähm, da haben wir dann unser Level 13 gemacht, wo sind wir dann hin? Ach, genau hier, wir sind von Daraschia aus dann, blöp, hier durch und sind hier oben dann zum ersten Draghi-Spawn gegangen, wo ich das erste Mal gereckt bin. Und haben nachdem, ich glaube, wir hatten auch die erste Hunting-Session hier bei Dragons, ne? Genau, Elru kam, dann hat uns geblockt, sprich hier oben im nördlichen Spawn, im mittleren Spawn, der müsste hier so sein, und in dem unteren, der müsste hier so sein, haben wir ein paar Draghi's gehandelt. Und, gut, das war hier so die Wüstenregion, wir sind dann Crystal Spiders gegangen. Und Crystal Spiders, oh, jetzt muss ich lügen, die sind direkt aufs Swarground, ne? Genau, also hier unten in der Eisregion. Ähm, sieht man jetzt blöd, weil das hier alles Gebirge ist, ja? Wir waren ja auch im Gebirge, also hier so in der Region, haben wir dann unsere Crystal Spiders in Swarground gehuntet. Ja, wir haben dann das Quest gemacht, und dann das Quest, um halt hier in Jalaha den Zugriff zu bekommen, zu den verschiedenen Hunting Grounds, die es hier hinten so gibt. Oder zumindest erstmal Zugriff zu Jalaha. Ähm, sind da vor... Wo war das jetzt? Jetzt muss ich kurz grübeln. Wir sind, glaube ich, von Edron. Was hier oben war? Stopp. Ne, wir haben erst die Society... Äh, Explorer Society Quest gemacht. Genau, so war das. Explorer Society Quest sind wir also nach Port Hob gegangen, haben hier hinten, glaube ich, in dem Häuschen... Ähm, ne, das hier ist das Häuschen, da haben wir dann quasi unsere Quests angenommen und haben dann, ähm, diese, diese Quests gemacht, sind nach Khazadun gedüst, glaube ich, und haben dort die, diese eine Quest gemacht, um halt im Rang aufzusteigen, um dann wiederum, ähm, eine Mission anzunehmen, hier in Edron, hinten bei Vardin, der hier in die mittleren Tower klebt, ähm, anzunehmen. Der hat uns dann, ähm, quasi Access zu Yalaha gegeben und da sind wir nur quer, quer, quer durch Tibia gerannt, um die ganzen Items zu sammeln, die dann hier auf dem, die wir auf dem Schiff dann abgegeben haben, ne. Yalaha wird später noch ein wichtiger Punkt sein, also Level 70, 80 gibt's hier, glaube ich, gute Huntingdowns, vor allem hier hinten, ähm, da sind die Hellspawns, die wir später, früher oder später sowieso hunten werden, ne. Dann war ich ja vorhin, nein, Quatsch, dann haben wir noch ein neues Quest gemacht, und zwar, ähm, das, das Far-Mine-Quest, das ist hier, also Far-Mine an sich ist eigentlich ein Berg, und war hier im Untergrund, ist es hier? Weiß ich jetzt gar nicht, ne, ist, glaube ich, nicht hier. Jedenfalls hier in Far-Mine haben wir halt dieses Quest gemacht, um dann später Zugriff oder Zugang zu Sao zu bekommen. Sao ist hier diese, diese Wüste-Region, wo wir dann immer durchgeflitzt sind, hier ist, glaube ich, dieser Master-Tar, Master-Tar-To-Dings da, der uns fast da umgenutzt hatte, wo wir bloß im Kreis gerannt sind, um zwei Minuten zu überleben, bevor er uns denn da ins Jenseits bläst. Und vorhin habe ich, ähm, Lizards getestet, gehuntet, das heißt, hier war das in den Maggi-Plans, sind wir durch den Teleporter, welcher wir durch das Quest freigeschaltet haben, haben wir halt den Teleporter aktivieren können, zu dem wir hier dann hingekommen sind. Und in den Maggi-Plans gibt es halt mehr als genug Lizards, hier hinten gibt es ja noch einen Lizard-Doof, das ist aber noch zu fett für unseren Level, hat Weiken vorhin 34 oder so. Und deswegen habe ich mich nur hier vorne auf dieses kleine, wirklich winzige Gebiet beschränkt, wo ich hin und her gewackelt bin, ne, um gar nicht so weit von dieser Treppe weg zu sein, um halt im Notfall, ja, ne, nach oben zu springen, in die sichere Zone. Ja, das wie gesagt, soweit nochmal als kurzer, wirklich krass fixer Übergang zu Tibia oder das, was wir bisher erreicht haben, was wir bisher gemacht haben. Forbidden Lands, ja, wie ich es gerade sehe, wird auch noch ein Thema sein, was wir in Angriff nehmen werden, weil es nämlich hier wunderbare Islands gibt, GS-Island oder Bonebeast-Island, um Level zu machen oder GS-Island, um halt die Spider-Silks für ein Outfit zu looten. Das wird später noch interessant werden, also das ist auch ein Quest, was ich definitiv nicht in Zeitraffer machen werde, weil es doch wirklich ein spannendes Quest ist. Man muss nämlich hier durch den Vulkan nach unten und dann da durch und hier durch und dort durch, aber da brauchen wir Hilfe zu. Ne, also hat sich Daki vorhin schon, ähm, angeboten, dass er uns da ein bisschen mithilft und das wird bestimmt eine spannende Geschichte werden und wahrscheinlich auch drei, vier Folgen dauern. Mal gucken. Ähm, achso, ja, wo wir sonst immer hatten waren, und zwar hier in Ancramon, ne. Ancramon, die City mit den ganzen vielen tausenden Pyramiden, waren wir hier im Untergrund, ähm, Endseens-Garabs, ja, mit Elru-Hanten und, ja, da gibt's mehrere verschiedene Eingänge und natürlich Toms. Wir waren ja mit Daki in den Toms und die Tomp, die wir immer hatten, war hier in dem kleinen unteren Zipfel, also hier geht's einmal rein. Ähm, Tarpet-Tom, heißt sie Tarpet-Tom? Nee, Tarpet-Tom ist die hier, genau, bei den Teer-Feldern und das müsste Penisula-Tom sein, naja, wie auch immer. Ihr könnt ja dann auf Tibia-Wiki ja, ähm, euch auch nochmal schlau lesen, auch nochmal einen Tipp für die, die es nicht wissen, wir können ja mal zurückgehen. Ähm, Fansites, da gibt's mit Sicherheit auch den Link zu Tibia-Wiki, 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 Tibia-Wiki.com, schwupp, das ist eure Wikipedia für Tibia des Vertrauens, also ihr kriegt da wirklich alles, ne. Und wir haben hier, warte mal, wir können jetzt in Quests gucken, es gibt Tonnen an Quests, Tonnen, Tonnen, Tonnen an Quests, ich kann ja hier mal ganz dezent runterscrollen, hier, da, 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 aber warte mal, bevor wir hier runterscrollen, ist ja Bullshit, wir können ja mal Folgendes machen, wir machen mal, wir machen mal, Mainland-Quests, das sind so die interessanten Level-Requirements. So, hier gibt's natürlich für einige, äh, ach ne, Quatsch, Minimum-Level, so rum, das wollte ich machen. Ähm, es gibt einige Quests, die wichtig sind, Apes-Di-Quest, ja, und dann mal Level-Requirements, das war so, wann geht's los mit uns, für uns. Draconia-Quest, ähm, naja, kann man machen, muss man nicht, das ist jetzt ein Level-Quest, was wir machen können, das würden wir definitiv bestehen. Muss ich mal gucken, vielleicht mach ich das als Zeitraffer-Quest, weil da gibt's wirklich nicht viel Story dahinter, man läuft einfach bloß hin, und kriegt dann hier ein Ice-Rapia, Stone-Skin-Amulett und ein bisschen Krams. Deshalb Dungeon-Quest ist halt das 10k-Quest, das werde ich definitiv noch machen, aber wahrscheinlich, naja, gut, ja, das ist das ultimativ spannendste Quest, was ich, glaub ich, in einem, vor ein, zwei Folgen mal angesprochen habe. Was für uns aber spannend wird, Griffen-Shield, Paradox-Tower-Shield, nö, Bullshit, ähm, die Dwarven-Ex brauchen wir nicht, hier Nobel-Armor-Quest, das ist auch bullshittig, ähm, nein, nee, das auch nicht, Sam Olds Backpack, auch nicht, hier, Crusader-Helmet-Quest, das wird das erste sein, was wir so denn als, ähm, ich glaub, das machen wir solo, just for, just for Risiko, da müssen wir uns gegen ein paar GS-E beweisen, und, also GS-E, Giant-Spiders, ne, und, ja, das werden wir demnächst noch in Angriff nehmen, wir sind jetzt Level 40, das sollte locker zu schaffen sein, ähm, Org-Fortress wird ein Quest sein, was wir mit dem, jetzt muss ich gucken, hier, Djinn-War, wir werden ab Level 40, ähm, ein Djinn-Quest machen, wir werden wahrscheinlich uns zu dem Green-Djinn, ähm, wie, 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 Green-Djinn hinreißen lassen, was das mit den Quests, mit den Djinn-Quests auf sich hat, da werde ich definitiv nochmal, wenn ich das Quest mache, darauf zu sprechen kommen, was ich aber jetzt im Vergleich mit dem Org-Fortress-Quest, also, wenn wir das Quest machen, müssen wir Org-Fortress so oder so machen, ne, das heißt, wir werden da eine Fliege, äh, genau, wir schlagen eine Fliege mit 15 Klappen, ähm, genau, da rasch der Dragon, okay, ja, nicht so spannend, nicht so spannend, Black-Night-Quest können wir mit Level 50 machen, ja, gibt's, ne, ab Level 50, ihr seht, gibt's da eine Cron-Armor, Cron-Shield, jetzt sind ja wirklich so Loots, da lohnt es sich, diese Quest zu machen, Deeper-Fibula, Fire-Ex-Quest, jawohl, Level 60, genau, sind dann wirklich so, wo es dann wirklich richtig losgeht, ähm, Medusa-Shield-Quest ist jetzt noch nicht so, der Hit-Fire-Ex-Quest ist auch nicht so spannend, Deeper-Fibula, ja, ist ein Quest to go, ähm, Queen of the Benjis, das ist so das erste Quest, wo man wirklich recken kann, wo man auch ordentlich Code und Cash bekommt, und wo man auch ein bisschen mit NPCs reden kann und muss, und, äh, wo ist ein bisschen, gibt's da Story, ich glaube, ja, gibt's auch einen Grund, ähm, heißt ja neben sonst Queen of the Benjis, und ja, das werden wir so machen, also werden wir uns schon, peu à peu, werden wir uns schon irgendwie da so vor, also ich hab grad hier ein peu à peu, das ist wieder hier dieser, ich brauch unbedingt einen Pop-Shots, nicht wahr, ähm, würde ich jetzt sagen, genau, wir werden uns peu à peu so ein bisschen vorpirschen in dem Spiel, in dem geilen Spiel, und natürlich, ja, ab Level 80 geht's dann richtig los, und ab Level 100 hat man dann eigentlich fast Access zu jedem Quest, ich glaub, eins gibt's noch, ähm, und zwar hier die Inquisition, ach nee, kann man auch ab 100 machen, das ist ja spannend, okay, ja, also ihr seht, an Quests gibt's ohne Ende, und, ähm, ich glaub, so eine Special-Folge war wirklich mal nötig, um wirklich zu zeigen, was, was noch alles auf uns wartet, also da wird definitiv noch viel Arbeit auf uns warten, nur alleine, ähm, warte mal, hier zurück, ach so, naja, ist egal, dann doch, können wir gleich nochmal zeigen, nur alleine an Quests, was wir da haben, und, ähm, wir können ja auch mal gucken hier, also, für die, die es halt nicht, die Tibia nicht kennen, wir machen einfach mal hier, loot, nee, nicht loot, Items, 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 da ist Items, ähm, und zwar gibt's auch wirklich unzählig viele Amors, Items, hallo, Internetleitung, Amors, die man looten kann, die es gibt, es gibt unglaublich viele Waffen, die Wands beispielsweise, die für unseren Sorcerer interessant sind, gibt's einige, jetzt nicht so viele wie Waffen beispielsweise, ah, Wands of Dimension, was ist dat denn? Was ist denn der Wands of Dimension? Kenne ich ja selber noch nicht. Wands of Dimension, Achtung, Spoiler! Wo kriegt man diese Wands of Dimension her? Wer will 37er? Ach, die kann man nur sehen. Ah, okay. Gut, also manche Sachen sieht man beispielsweise auch nur als, ähm, in irgendwelchen Show-off-Räumen, beispielsweise, ne, wenn wir mal bei Items sind, die man nur sieht, es gibt, seitdem ich hier dabei bin, gibt's die Boots of Waterwalking, die sieht man in der Pyramide in Ancramoon unten drin, gibt's hier ein Bild davon? Ne, schade. Jedenfalls ist das ein ganz normaler Raum los, wo halt wirklich einige Items ausgelegt sind, und dann gibt's Boots of Waterwalking. Diese Boots of Waterwalking, ähm, genau, ich dachte gerade, äh, It had five charts, äh, ich dachte, die haben jetzt hier irgendwie schon wieder weit eingeführt, was ich nicht wusste. Ähm, diese Boots of Waterwalking gibt's in, ähm, in Ancramoon unten, in einfach nur einem Raum, kann man gucken und sehen. Und, ja, genau, it's just a joke or a decoration from Shipsoft, ja, man weiß es nicht, ob's die jetzt wirklich gibt oder nicht, es gibt immer noch Quests, die wohl angeblich nicht hier im Tibia-Wikia gespoilert wurden, ne, also es gibt wohl immer noch an, 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 an Sourced Riddles, an, also nicht gelöste Rätselchen in Tibia, in der Welt von Tibia, und, ja, insofern Game-Content ist noch mehr als genug gegeben, ne, hier haben wir ein paar Äxte, also, wie gesagt, es gibt wirklich massenhaft an Sachen zu erkunden und zu machen. Natürlich, wenn man das jetzt vergleicht mit einem aktuellen Titel Diablo und Co., ist es immer noch wenig, aber man kann mit diesem Spiel wirklich Zeit verbringen und es macht ja auch Spaß, vor allem in der Community mit Kumpels, mit Freunden hat man Fun und Spaß. Jawohl! In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für unser kleines Special nebenbei, mal kurz ein Überview, man kann es ja wirklich mal versuchen, vielleicht kriege ich es ja hin, dass wir alle 20, 30, 40 Folgen mal hier so ein Special zu machen, um zu zeigen, okay, da machen wir, da machen wir, da machen wir, da machen wir, aber ich glaube, wenn ihr dranbleibt und fleißig einschaltet, wird euch Tibia auch gläufig werden, nicht wahr? Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuschalten, danke fürs Zuhören bei diesem kleinen Special und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Rock Tibia. Bis dahin. Tschöööö.